Das HP Spectre 13 ist das edelste Stück Hardware, das vom Hause HP verkauft wird. Nicht weil es leistungsfähiger, funktionaler oder in irgendeiner Form besser ist als andere Produkte des Herstellers, nein, das HP Spectre 13 ist einfach edler. Die neueste Version kommt mit Intel Core Prozessoren der 8. Generation daher. In unserem Fall testeten wir das Modell mit dem Intel Core i7-8550U-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB großen SSD, das preislich auf etwa 1500 Euro kommt. Dafür bekommt ihr das dünnste Touchscreen-Notebook auf dem Markt. HP ging diesmal allerdings nicht so sehr auf Rekordjagd und hat das Gerät im Vergleich zum Vorgänger nicht noch dünner gemacht. Stattdessen wurden die Fehler korrigiert, namentlich das Touchpad, die Akkulaufzeit und die Lautsprecher. Ob das gelungen ist, haben wir für euch herausgefunden. 10,4 mm dünn ist das HP Spectre 13 und dennoch ist es noch lange nicht das dünnste Notebook auf dem Markt. Mehr als drei USB-Typ-C-Anschlüsse auf der Rückseite finden nicht Platz, was heutzutage allerdings auch nicht allzu problematisch ist, solange man bereit ist, auch in entsprechendes Zubehör zu investieren. Für mich war allerdings die geringe Tiefe des Geräts nicht das größte Highlight, sondern zweifellos das Design. Die neue weiße Variante sieht unglaublich edel aus, anders kann man es einfach nicht formulieren. Es ist ein so elegantes, so schlichtes Gerät. Die golden glänzenden Ringe bilden das Scharnier und lassen das Display förmlich über der Tastatur schweben. Die Tastatur wird abrupt unterbrochen durch die Erhöhung, welche die Anschlüsse auf der Rückseite beinhaltet. Zugeklappt bilden Display und diese Erhöhung beim Scharnier dann eine Ebene. Betrachtet man das HP Spectre 13 im Detail, fallen einem so viele schöne kleine Details auf. Man hat sich wirklich bemüht, dem HP Spectre 13 durch das Design eine gewisse Eleganz zu verleihen und das ist absolut gelungen. Während man beim Design ganz neue Maßstäbe setzt, stößt man in Sachen Verarbeitung an die physikalischen Grenzen des Möglichen. Immerhin ist das HP Spectre 13 dünner als eine AAA-Batterie, aber halt verteilt auf eine 13 Zoll Fläche. Die Begriffe robust oder widerstandsfähig passen einfach nicht zu einem Notebook wie dem HP Spectre 13. Dennoch wäre es gelogen, ihm diese Attribute nicht zuzuschreiben. Für das, was es ist, ist es jedenfalls sehr solide, was in dem Fall allerdings bedeutet, dass man die Tastatureinheit mit etwas Kraft doch recht stark durchbiegen kann. Aber wie oft macht man das schon mit einem Laptop? Es wirkt auf jeden Fall genug solide, um sämtliche Strapazen auszuhalten, die so ein Laptop eben durchschnittlich aushalten muss. Es übersteht ein Rendezvous mit den Schlüsseln in der Tasche dank der sehr robusten Lackierung problemlos und auch den einen oder anderen Sturz vom Sofa schadlos. Die Tastatur ist ähnlich wie das Design, einfach großartig und man tippt darauf schnell und außerordentlich gerne. Sie bietet einen angenehmen Hub und die Größe der einzelnen Tasten wirkt ideal. Unerfreulich ist lediglich das Layout, welches hätte etwas überlegter ausfallen können. Beim Touchpad macht HP den Fehler, dass man weiterhin nicht auf den Microsoft-Präzisions-Touchpad-Treiber setzt. Das machen bereits alle anderen Hersteller, von Dell bis hin zu Lenovo. Selbst Hersteller von wirklich günstigen Geräten wie Trackstore oder China-Hersteller wie Xiaomi oder Chuvi lassen das Touchpad komfortabel und einheitlich über die Windows 10 Einstellungen konfigurieren. Nur bei HP muss man sich immer noch über die Systemsteuerung mit den proprietären Synaptics-Einstellungen herumschlagen. Das Touchpad selbst ist im Vergleich zum Vorgänger deutlich besser geworden und auch etwas größer. Grundsätzlich ist es ein gutes und zuverlässiges Touchpad, aber es ginge eben besser, zum Beispiel indem man einen branchenüblichen Treiber verwendet. Das HP Spectre 13 verfügt über ein 13,3 Zoll großes Display, welches in unserer Konfiguration mit 4K auflöst, sprich 3840x2160 Pixel auf die Bildfläche bringt. Die Schärfe ist natürlich großartig und gewisse Vorteile hat so ein Display im Alltag durchaus. Schon der kleinste Ausschnitt von einem Screenshot reicht aus, um beim MacBook Air als Wallpaper verwendet zu werden. Dabei ist auch die Farbdarstellung des IPS-Panels sehr gut und die Kontraste sind beeindruckend. Die Helligkeit ist in Ordnung, wenn es auch klar nicht für das Sonnenlicht ausreicht. Während das 4K-Display gewiss einige Vorteile beim Benutzererlebnis bietet, so braucht es dafür natürlich auch entsprechend viel Leistung. Das HP Spectre 13 hat diese Leistung auf jeden Fall, dank der neuesten Intel Core i7-Prozessoren der achten Generation. Erstmals gibt es in der Intel Ultrabook-Serie auch Quad-Core-Prozessoren und die sind leistungsmäßig auf einer ganz anderen Ebene. Was ein derart dünnes Notebook heutzutage an CPU-Leistung bieten kann, das ist schier unglaublich. Photoshop und Lightroom stellen überhaupt gar kein Problem dar, genauso wenig wie alltägliche Aufgaben im Browser oder mit traditionellen Desktop-Apps. Die Bauweise des HP Spectre 13 erlaubt es allerdings nicht, die volle Performance des Geräts immer auszunutzen. Es gelingt einfach nicht gut genug, die entstehende Hitze schnell aus dem sehr dünnen Gehäuse zu schaffen. Und daher erwärmt es sich entsprechend stark. Dass die großen Lüfterschlitze zudem auch noch an der Unterseite des Geräts liegen, trägt ebenfalls nicht sonderlich positiv zur Verringerung der Hitze bei. Wenn man das HP Spectre 13 daher im Schoß oder Bett verwendet, wird es selbst im Normalbetrieb schnell warm und die Lüfter springen an, wodurch es natürlich auch entsprechend laut wird. Wenn man es noch dazu beansprucht, wird die Performance auch gedrosselt. Grundsätzlich wäre die Leistung zum Beispiel für Videobearbeitung durchaus da, allerdings ist das bei diesem Formfaktor einfach nicht das, was man damit machen sollte. Das dünne Gehäuse lässt neben der Hardware natürlich besonders wenig Platz für Akkus und der Intel Core i7 Prozessor sowie das 4K Display erledigen dann den Rest. In unserem standardisierten Benchmark-Test, bei dem wir eine normale Nutzung simulieren, schafft es bei mittlerer Helligkeit 6,7 Stunden. Wenn man die Helligkeit etwas hochschraubt, was im Alltag eben normal ist, sind bis zu 5,5 Stunden realistisch. Für das, was es ist, nämlich ein ultradünnes Notebook, ist es kein schlechter Wert. Für ein 1.500 Euro Notebook ist es allerdings stark unterdurchschnittlich. Das HP Spectre 13 ist also ein wirklich schönes, sehr edles Notebook, mit dem man aufgrund der Hitzeentwicklung nicht mehr als alltägliche Aufgaben erledigen sollte und das aufgrund der Akkulaufzeit deutlich kürzer durchhält als die Konkurrenz. Wer also 1.500 Euro hat und das Beste für den Preis will, sollte woanders suchen. Ein HP Spectre X360 zum Beispiel mit ähnlicher Ausstattung hält länger durch, arbeitet ruhiger und kann dank der besseren Kühlung auch gelegentlich mit etwas anspruchsvolleren Aufgaben gequält werden. Wer aber wirklich nur ein edles, schönes Notebook für den Alltag sucht, sollte die Core i7-Variante um jeden Preis vermeiden. Vergesst einfach, dass sie existiert. Ihr investiert mehr Geld in Leistung, die ihr nicht nutzen könnt, weil sie zu Wärme wird. Wer edel unbedingt haben möchte, sollte zum Core i5-Modell mit Full-HD-Display greifen. Die Performance reicht vollkommen für den Alltag, die Lüfter kommen mit der Hitzeentwicklung zurecht und die Akkulaufzeit sollte tatsächlich an die versprochenen 8 Stunden rankommen. Für eine Tiefe von nur 10,4 mm ist das HP Spectre 13 aber dann gar nicht mal so schlecht.